15 Jahre junger Ecuadorianer, viel drauf packt, musste ja da doch 2-3 Minuten auf das Lichten des Nebels warten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er da viel drauf packt, die Eintracht will ja auch... So eine gemeinsame Fangesänge hier zwischen den beiden. Es gibt einem das Gefühl, das ist nicht das letzte Duell. Und wenn er in der alten Tage 90 Minuten in den Knochen hat, bleibt ein Fitness... So weitergehen im Alfred Kunze Sportpark. Stand und Sprecher gibt die Ermäßigung. Gibt der Eintracht hier noch diesen Angriff. Ja, wird eben... Es sind aber doch nur ein paar Sekunden. Ja, PSG Jimmy Leipzig gewinnt hier dieses freundschaftliche Duell gegen die Eintracht.